Für den deutschen Markt ist, glaube ich, GE letztendlich eine Möglichkeit, sich anders zu positionieren, letztendlich den Markt neu zu bedienen. Und gerade die Prozessindustrie spielt ja im Weltmarkt eine große Rolle. Und wenn GE es schafft, sich hier am Markt zu positionieren, hat sie auf den Weltmarkt auch Einflüsse. Und dies wird uns sicherlich durch den Auftritt hier gelingen und durch weitere Aktionen, die wir fahren werden.